und heute will zu diesem neuen video ist es nicht geschnitten deswegen tut es mir ein bisschen leid ich bin noch in einem master builders und ja wie gesagt ist nicht geschnitten ist jetzt hier einfach mal schnell aufgenommen weil ich keine zeit mehr habe aber ich glaube die 15 sekunden können wir noch mal überbrücken ja weil ich es jetzt nicht mehr schaffe innerhalb zehn minuten ein video zu schneiden und zu rendern deswegen einfach mal halt so und ich hoffe es gefällt euch einigermaßen trotzdem oder maß und geht doch eigentlich immer klar ich hoffe wir haben jetzt nicht das behinderte thema jeder welt ich gleich rippt das ist in ordnung das ist in der tat in ordnung gibt es nicht nehmen wir aber mal weiß hier man soll noch mal drei blöcke breit und man ist viel wenn man es hier doch viel sinnvoller muss halt nur ein bisschen länger werden oder sonst in ordnung wenn einfach zum beispiel hier und dann keine ahnung ist nicht so das coolste thema aber gut weiß jetzt auch gerade überhaupt nicht wie so eine bindung aussieht ich brauche mir mal ganz kurz ein bild aussuchen von seiner bindung ja ok das sieht hier nicht so cool aus es gibt glaube ich leider keine das ist in ordnung jetzt muss ich aber einmal aber das ist schwierig aber ich habe eine idee wir brauchen dafür was der ist irgendwelches der es brauchen wir dafür nehmen schon mal das und sonst würde ich sagen nehmen wir noch da müssen wir sogar die nehmen oder wir nehmen bei es kommen mit vorne so das kommt zwei hoch hinten auf jeden fall noch ein paar ran machen weil sonst sieht es echt behindert aus wir machen es einfach so lange wie es nur geht so dann kommt dann einfach hier so an die seiten das ran aber man kann die nicht so platz besser aus es besser aus na wo das besser aus doch so an die seiten machen wir dann einfach noch quatschen so und hier kommt dann ganz ehrlich ich würde sagen wir machen hier einfach den hier das hier weg machen da sowas hin würde ich sagen dass das in ordnung es ist in ordnung ja das war auch noch eine ganz gute idee das machen wir so das müssen wir jetzt das erweitern nehmen müssen wir nicht keine ahnung so und dann machen wir hier noch so einen stock hin es ist jetzt nicht so richtig spitz aus na komm mal nochmal so das ist unsere spitze schon mal schießt doch keine ahnung wir haben noch so ein ding da drüben und dann machen wir einfach auf den ansteigen griff geht wir hinten auf den ansteigen jetzt nicht besser ist jetzt einfach so wir machen jetzt machen wir leider nicht anders dann müssen wir hier so ein ging das band leider nicht mehr richtig hin glaube ich es ist ist okay gewonnen ich habe mir zu viel zeit für den ersten schiebe nutzt aber gut das ist jetzt eigentlich und die spitze ist halt scheiße für fünf minuten finde ich sehr einfach gehalten wir geben wir geben mehr ich finde es jetzt nicht so cool auch die finde ich nicht so cool wir sind hier übrigens auch mein flex punkt eu das ist meister bleeding das ist ja nun pixel art wieder aus dem hatte das anders geworden ist das und das ist besonders kurzen pixel art und außerdem ist es hier viereckig jetzt hier vorne finde ich erst ja es ist der was er hat alle der müsse doch hier gut bauen können servus das ist doch ja okay doch das ist es ist okay ein gesicht ist zwar nicht so cool aber ich weiß was er vor der ist ein it's okay ach er hat eine mütze auf doch das ist ein it's okay das ist hässlich was soll das überhaupt sein hier der im boden steckt oder was dafür finde ich die ein bisschen low bearbeitet hier nee nee das ist nicht hier finde ich nicht so cool gut der ist cool büßen sogar gibt ihm gut ja der fackt mich müssen das ist 2d sonst hätte ich gesagt das ist richtig gut aber gibt auch ein it's okay dafür sind die skier nicht so cool ich habe die spitze verkackt aber sonst ist okay kann sogar ein schiefahren aber das ist bullshit also ich weiß was da schon so das ist wirklich schlecht das ist halt 2d und ich finde ich hier nicht gut und der sieht nun wirklich nicht schön aus also ich bin nicht letzter meint sich gesprengt worden ist schon etwas ich bin vorletzer egal wir laden es einfach hoch ich fand sie jetzt alle nicht besser aber gut das sind gg und damit bin ich aus jetzt wir sehen uns bis zum nächsten video und zwar am wachheitsentschädigung 1 am mit dem freitag ist dann